Ja, ich freue mich, dass trotz Aschavito und anderen eventuellen Ablegungen doch ein paar Leute den Weg hergefunden haben. Und wir befassen uns heute mit dem Thema, also dem reißerischen Titel Apache Unlashed genommen. Ich bin nämlich selbst deutlich auf einen Umstand draufgekommen, der wahrscheinlich sehr vielen Kollegen aus dem Web-Applikationsbereich nicht bekannt ist und der relativ lustig ist, nämlich, dass eigentlich der Apache Version 2 seine Haupt-, seine größte Stärke heutzutage, trotzdem es ihm so lange schon gibt, gar nicht ausspielt in der nächsten Situation. Ja, zu mir brauche ich jetzt eh nichts mehr sagen. Man kennt mich entweder eben als Vortragenden in den Lugervorträgen oder als hier auch Initiator der Out-of-the-Box-Vortragsreihe. Der Roland hat schon gesagt, ich bin eben als freischaffender IT-Consultant unterwegs und mache die IT-Bilder ein bisschen unsicherer. Ja, auch die nächste Folie hat mir meine Marketingabteilung reingeschließen, gehen wir in die das nächste Mal. Wir sprechen also über den Apache. Ich möchte vorausschicken, zwei Schwammigkeiten erlaube ich mir heute. Das eine ist, dass ich den Apache Apache nenne, obwohl er eigentlich HTTP-D heißt, weil die Apache-Org, das Apache-Projekt betreut einen ganzen Haufen von Projekten. Da gehört die Spam-Assession dazu, da gehören andere Dinge dazu. Also, ich vereinfache hier. Wenn ich Apache sage, dann meine ich nicht das Apache-Projekt, sondern den HTTP-D aus dem Apache-Projekt. Weiß übrigens irgendwer, woher der Apache-Sende-Namen hat? Er hat also so Bernd Wetter, Roland wahrscheinlich, warum nicht ausgeschlossen, oder warum? Weiß es jemand nicht? Dann nochmal so. Gut. Ja. In den frühen 90er Jahren ist das Web erfunden worden. Und das National Center for Supercomputing Architectures, NSCA, da ist seine Abkürzung, hat den ersten wirklich praxistauglichen Web-Server programmiert. Der hatte aber ein paar Macken und diese Macken hat man durch einen Patch, A-Patch, gefixt. Und dann war das A-Patched-HTTP-Diamon. Und davon ist Apache entstanden. Und so sieht man auch in der Geschichte, diese Diagramme zeige ich immer ganz gerne, um das Thema Open-Source oder Apache geht, weil das ist einfach das Zugpferde im Open-Source-Umfeld oder im Freisoftware-Umfeld. Hier ist die Verbreitung der Web-Server unter, also eben relativ gesehen und hier in absoluten Zahlen. Und da sieht man also, der NSCA war am Anfang der Einzige oder halt einer der wenigen. Dem hat relativ schnell der Apache den Boden weggefressen. Dann ist da so einer nachgewachsen aus der proprietären Software-Ecke. Aber er hat sich also immer eigentlich über der 50%-Marke halten können. Also es ist der dominante Web-Server heutzutage. Das Web wird von Apache getrieben. Ganz egal, was man da jetzt an Modeerscheinungen, Google ist Web-Server, NGX und so weiter, da sieht man hier die kommen im Moment recht stark. Aber der Vorsprung ist also immens. Sprich, wenn wir über das Web, über Web-Server sprechen, sprechen wir heute eigentlich über den Patch. Interessant an dem Chart übrigens, das sind nämlich die absoluten Zahlen. Weil ich kann mir nicht erklären, was da Mitte 2011, Mitte letzten Jahres passiert sein soll, dass also dermaßen viele Apache-Instanz dazugekommen sind. Das gibt es halt jedes DSM oder halt einen Apache-Server drauf oder so. Ja, also wir sprechen über einen sehr, sehr recht verbreiteten Team. Wofür steht die rechte, das rechte Diagramm? Das rechte Diagramm sind absurde Zahlen. Also das ist relativ, die prozentuelle, das ist der Prozentanteil der Server, und das sind die Instanzen, die im Web laufen. Also da oben ist die, einer der, das ist da so ein bisschen reingerutscht, das sind, ups, ups, 107 Millionen, 107 Millionen Apache-Server laufen zur Zeit, nicht mehr. Das ist, wenn man Netcraft glauben will. Gewaltig, wenn man Netcraft glauben will. Ob das jetzt physische Server sind, virtuelle Server, also bei Netcraft kann man das nachlesen, aber die Verfolger sind schon einige Zeit, wie man sieht, also die Kurve gibt es ja schon seit fast dem Anfang und ich meine, das sind ja eh keine Leute anwesend, die Groß- oder Rüger-Seltern noch, die Groß- oder Rüger-Seltern noch regelmäßig besuchen können. Das heißt, das wissen eh heutzutage alle, dass das wirklich so alt ist, wie es da auf der Kurve steht. Das gibt es nicht seit Zeit viel zu. Ja, wir sprechen heute mit dem Apache 2 und der Apache 2 selber ist auch nicht mehr ganz neu. Der Apache 2 war ein großer, großer Meilenstein, die Apache Foundation hat 1999 schon, also vor fast 13 Jahren, oder guten 12 Jahren, hat also erklärt, ja, sie wollen jetzt den Apache 2 deshalb in die Welt setzen, weil sie einen skalierbaren Ansatz brauchen für Pro-Class-Clebserver. Und sie brauchen also einen Hybrid-Ansatz, der sowohl Prozesse wie auch Threads verwendet, um dem kommenden Internet-Markt oder Web-Applikationsmarkt eine leistungsfähige Antwort entgegensetzen. Das Licht der Welt hat dann als stabile Release, 2004 glaube ich mal die erste, wirklich als stabile Release bezeichnete, hat der Apache 2 am 6.4.2002, also vor nahezu 10 Jahren, das Licht der Welt erblickt. Ich hacke auf dem Datum deswegen so rum, und auf diesen Datum werde ich danach ein lustiges Fakt sehen. Was ist jetzt neu, was ist jetzt speziell? Einerseits das Hauptthema, also um das es mir heute geht, Threading, ist dazu gekommen, also das Multiprocessing von Apache ist von einem Forking-Modell auf ein Threading-Modell umgebaut erweitert worden, Details kommen noch, dadurch eben eine verbesserte Skalierbarkeit. Man kann also mehrere Applikationen gleichzeitig bedienen, mehrere Clients gleichzeitig bedienen. Nebenbei ist die Konstellation vereinfacht worden, also ich kann mich noch lebhaft erinnern an meine Umstellung von 1.3 auf den 2er. Ich habe aufgeatmet, weil ich mich damals gerade frisch eingearbeitet habe in das Thema, und eben mit Minded, Dress & Board, und da habe ich eben alles verwechselt oder vergessen. Das ist so eine Direktive, hat zwei andere ersetzt. Die virtuellen Servers, ein einfacher, ansprechbarer Server-Namen, das wird damals neu, und man hat überhaupt einen ganzen Haufen alte, gewachsene Direktiven ersetzt, durch neue. Alt ist insofern gut, dass das Projekt damals gerade mal sechs Jahre alt war. Ja, dann sind ein paar wesentliche Module überarbeitet worden, Mod auf, End-Up ist glaube ich praktisch neu gemacht worden, das Mod Proxy ist wichtig dazu gekommen, Mod Headers ist auch für Web-Applikationen sehr spannend, und es wäre nicht ich, wenn ich nicht hier anmerken würde, dass es in der FIFA 6 Support im Appetit 2. Wenn wir jetzt über Multiprocessing und Skalierbarkeit reden, müssen wir einmal erklären, was ist da dazugekommen. Das MPM steht für Multiprocessing-Module. Das ist der Teil vom Apache, der dafür verantwortlich ist, wie der Apache-Server mit mehreren Anfragen umgeht. Es gibt eben jetzt zwei Module, das Modul Pre-Fork, das ist im Prinzip die Art, wie der Apache 1.3 arbeitet, und wie heute immer noch die meisten Apaches arbeiten. Mit jedem neuen Request wird ein einzelner Prozess betraut. Der Apache forked beim Start eine gewisse Zahl von Worker-Prozessen, damit er einen gewissen Pool an Prozessen vorrätig hat, die er dann beschicken kann mit den Anfragen, und kümmert sich dann im Lauf darum, dass er immer genug EIDL-Prozesse hat, um neue Anfragen beantworten zu können. Der Vorteil davon ist, ich habe eine saubere Trennung der Prozesse und somit also der Request. Ein Client-Request landet in einem Prozess, und wenn mit dem Prozess irgendwas passiert, wenn der verreckt, wenn der durchdreht, dann ist der betroffen und kein anderer. Das 10 Jahre junge MPM-Worker-Modul hat jetzt einen Mischansatz zwischen Threads und Prozessen. Aber im Prinzip kann man sagen, wenn ein neuer Request reinkommt, dann wird in einem Worker-Prozess, der gerade läuft, einfach ein neuer Thread gestartet für diesen Request. Aus dem Thread heraus wird es beantwortet, und durch diese Mischung aus Forken und Threaden laufen weniger Worker-Prozesse und in diesen laufen halt einzelne Threads. Die kann man dann hier einstellen über diese Threads per Child-Direktive. Ein Riesenvorteil davon ist, man hat einen geringeren Speicherverbrauch und die ganze Sache reagiert ein bisschen flinker auf Lastwechsel, weil Threads aufzumachen, weil Threads aufzumachen schneller geht, als Prozesse zu starten. Denn was muss ich machen, wenn ich forke? Ein neuer Prozess ist im Unix-Umgebung einfach eine 1 zu 1 Kopie des bestehenden Prozesses. Da wird also das Datensegment im Speicher kopiert. Es werden die File-Handles, oh, Bernd kriegt Ausschlag. Lassen wir es mal vereinfacht so stehen. Also im Wesentlichen wird eine Kopie des Prozesses erzeugt mit all dem ganzen Primorium. Das braucht Zeit, das braucht Ressourcen. Und dann entsteht ein neuer Prozess mit einer neuen Process-ID, mit eigenen File-Handles und so weiter. Der ist komplett getrennt vom alten Prozess, also vom Parent-Prozess. Das ist ein Vorteil und eben, wie ich schon gesagt habe, wenn der Child-Prozess irgendwelchen Mist baut, tut das dem Parent nicht weh. Es hat aber auch Nachteile. Die Interprozess-Kommunikation zwischen zwei Prozessen ist vergleichsweise schwierig. Da muss man halt ne Pipes verwenden oder Shared-Memory oder andere, vielleicht sogar Sockets oder andere Techniken. Man muss also aus diesem Prozess raus durchs Betriebssystem und in einen anderen Prozess wieder rein. Und wenn so Kind-Prozesse ihren Parent verlieren, ihren Papa verlieren, dann laufen sie als Zombies durch die Landschaft und das macht sich auf dem Server auch nicht schick. Die kann man nämlich relativ schwer wieder in den Griff kriegen. Das ist so der Nachteil an diesem Forking. Beim Threading jetzt entsteht der neue Prozess, im Prinzip ist es ja kein Prozess, oder der neue Thread entsteht im selben Prozess. Er bleibt da drinnen. Es wird kein neues, großes Datensegment aufgemacht, es wird nichts, keine File-Handels kopiert, gar nichts. Dadurch haben wir einen geringen Overhead, weil wir uns eben das Datensegment und die File-Deskriptoren das alles teilen. Das geht schneller. Es geht vor allem auf den modernen Multicore- und Multiprozessor-Architekturen viel schneller, weil die Prozesse, die Threads wirklich zugleich abarbeiten können auf ihren verschiedenen Cores. Und die Interprozesskommunikation ist keine Interprozesskommunikation. Wir sprechen, wir liegen im selben Datensegment, alle Threads. Das heißt, man schreibt sich einfach gegenseitig in den Variablen herum. Und das ist genauso gleich der Nachteil. Wenn der Programmierer hier nicht weiß, was er tut, dann schießt er sich natürlich wunderbar ins Knie. Und ja, jetzt haben wir es, ich habe es schon angedeutet, wir haben es in der Apache-Welt derzeit mit einem Haufen Legacy zu tun eigentlich, weil eben die meisten Apache noch immer mit dem Briefworking-Modell arbeiten. Warum ist das so? Ein Argument ist die Sicherheit und da habe ich zwei Argumente gelesen, und da kann ich einfach nur schmunzeln. Das eine ist also, Threading in Apache ist zu neu. Das hat in den letzten Monaten wieder jemand in einem Artikel über Multiprocessing im Apache geschrieben. Also das ist keine Aussage von 2003 oder so, sondern das ist 2011. Der Apache 1.3 ist stabil und gründlich getestet. Das ist also ein sicherer Server. Diesen Leuten muss ich sagen, ein Jahr, vor ein paar Wochen hat die Apache Foundation den Support für 1.3 eingestellt. Also die müssen sich jetzt wirklich was überlegen. Ja, es ist noch nicht lang her. Sie haben sich lang mitgezogen, den 1.3er Apache. Aber jetzt ist Schluss. Also dieses Argument ist auch nicht mehr so prickelnd. Und ein anderes Argument ist PHP. Warum PHP? PHP ist in seiner Gesamtheit nicht Thread-Safe. Also es hat genau diese Probleme die ich angesprochen habe. Wenn das Programm in einem, also wenn mehrere Threads in einem Datensegment misst bauen, dann sind sie alle betroffen. Und das tritt bei PHP ganz offensichtlich. Ich bin kein PHP-Experte, muss ich gleich sagen. Bin auch kein Systemprogrammierer-Experte. Da gibt es berufenere. Hier. Also ich kann nur die Literatur zitieren und da gibt es einen Streit, ob jetzt das PHP selber schuld ist oder ob es die Bibliotheken sind, gegen die das PHP gelingt. Auf jeden Fall ist das ganze Konglomerat nicht Thread-Safe. Man kann es in verschiedenen Diskussions-, also Mailinglisten von TYPO3 über Drupal und andere Content-Management-Systeme nachlesen. Es gibt immer wieder Bröseln, wenn man das PHP mit dem Multi-Threading-Apache einsetzt, dann gibt es immer wieder mal Internal-Server-Errors oder weiße Seiten, die ausgeliefert werden und so. Das hat halt einfach Probleme. Das wäre ja jetzt wurscht, wenn PHP irgendeine Sprache wäre. Ja, aber wenn man jetzt einmal bei Freecode, das ist vormals Freshmeat, nachschaut, nach Content-Management-Systeme, das ist mir gerade so eingefallen, und dann einmal nach den Programmiersprachen sortiert, dann kriegt man 209 in PHP geschriebene, 27 in Java und immerhin haben sich sieben Leute die Arbeit angetan, ein Content-Management-System in C zu schreiben. Hut ab. Aber wir haben es also mit einer überwiegenden Übermacht von PHP-Applikationen zu tun. Das heißt, das ist ein Thema, den muss man sich einfach stellen. Wenn man jetzt den Apache eben flott betreiben will. Ja, eigentlich ist ja das Web eine statische Sache. Es gibt HTML-Seiten, die liegen im Filesystem des Servers und die werden ausgeliefert. Wo ist das Problem? Das ist schon lange nicht mehr so. Und man hat sehr schnell die Notwendigkeit erkannt, den Content dynamisch aufzubauen. Und da haben sich zwei Techniken entwickelt. Die erste war CGI, das Client-Gateway oder Common Gateway-Interface. Common, danke. Common Gateway-Interface. Da passiert Folgendes. Bei einem Request startet der Apache ein externes Programm, das man eben halt konfigurieren muss. Der und der Urteil startet dieses und dieses Programm. Der übergibt über Environment-Variablen den ganzen HTTP-Header und übergibt dann per Standard-Input die Daten, die vom Client gekommen sind. Und über Standard-Output schickt das CGI seine Antwort wieder an den Webserver und das geht wieder an den Client zurück. Das ist trivial. Also trivial. Sicher ist es. Um es sicher zu implementieren, muss man sich ganz schön hinsetzen. Aber mit den entsprechenden Bibliotheken und Modulen, die es für Perl, C, Python und sonst was gibt, ist so ein CGI-Skript schnell runtergeschrieben. Funktioniert sehr einfach. Der Jammer ist aber, bei jedem Request wird ein Programm gestartet und nach dem wird es wieder gestoppt. Das kostet am System irrsinnig viele Ressourcen. Deswegen ist CGI an sich langsam. Man kann es aber mittels Change-Road-Jail, mittels SU-Exec in seinen Rechten sehr gut einschränken, weil es ja ein eigener Prozess ist. Das heißt, ich kann es mit anderen Rechten laufen lassen, ich kann es in einer anderen Umgebung laufen lassen. Es kann, wenn der Server vernünftig konfiguriert ist, kann so ein CGI nicht besonders viel Schaden anrichten. Dann hat man sich hingesetzt und gesagt, nein, das geht zu langsam, wir müssen es schneller machen, wir müssen es näher an den Webserver anbinden und hat über ein API die Apache-Module generiert. Die Apache-Module leben jetzt, werden beim Server-Start in den Apache hineingeladen, das sind wie Kernel-Module für die Device-Treiber im Linux-Kernel, werden also beim Start in den Server hineingeladen, sind also im Server integriert. Dadurch sind sie schnell. Weil es also jeder Server-Prozess, denkt, das gesamte Environment mit hat, was er braucht, um diese Seiten dann auszuführen. Sei es jetzt PHP, sei es jetzt Perl, es gibt ein Mod Perl, sei es andere Geschichten wie Server-Site Includes und ähnliche Techniken. Aber sie verbrauchen dadurch natürlich Speicher in jeder Server-Instanz. Das ist der Nachteil. Weil wenn ich den PHP-Interpreter als Modul in ein Apache reinlade und der fork jetzt seine Worker hinten weg, dann hat jeder fork den vollen PHP-Interpreter in seinem Speicher. Da kann man dann natürlich wieder mit Shared-Memory, ist glaube ich hier der richtige Ausdruck, also das Ganze mit Buffers und Caches und das Betriebssystem kümmert sich da schon drum, dass da nicht allzu viel passiert, aber unterm Strich braucht es doch noch einiges an Speicher. Und natürlich laufen die Module unter den Rechten des Apache-Users. Das geht nicht anders, weil sie sind ja im Prozess drinnen. Und dann hat sich vor geraumer Zeit auch eine Firma, eine kommerzielle Entwicklung war das ursprünglich, den Ansatz FastCGI einfallen lassen. Der kombiniert die beiden Ansätze von vorhin. Jetzt nochmal kurz, um das darzustellen, also das sei jetzt unser Webserver. Schlimme, grobe Vereinfachungen sind hier, aber es geht dann um das große Bild. Also ich habe hier meinen Listener-Prozess, der auf den Port 80 bindet und seine, schon wie besprochen, seine Worker da hinten wegforkt, die auf Connections, auf Requests warten. Wir kennen das aus Diagrammen, Pfeile, also Blitze bedeuten immer ein Problem. Das erste Problem ist einmal, hoppla, ein Client will was von unserer Website. Der kommt da daher. Der Listener teilt die Arbeit irgendeinem Worker zu. Der Worker sieht, oh, das ist ein CGI, das muss ich ausführen und führt über den Exec hinten die Applikation, also das CGI aus. Exec heißt, ich muss eine Umgebung starten im Betriebssystem, ich muss da Speicher aluzieren, ich muss einen Prozess starten, ich muss Pfeildeskriptoren aufmachen, Pipapo, Process IDs vergeben und und und. Dann macht das Ding ein paar Sekunden, Bruchteile was und nachher schmeißen wir das alles wieder weg. Das ist, deswegen ist da der Blitz, das ist teuer. Das ist, deswegen ist CGI so langsam. Da kann ich das Skript so schnell schreiben, wie ich will. Einfach der Aufruf des Skripts und das sozusagen nachher wieder an Niederreißen ist einfach unnötige Arbeit. Beim Apache-Modul schaut die Sache eben anders aus. Wir haben hier wieder unseren Listener, unsere Worker und hier ist eben die Applikation jetzt vereinfacht als solche bezeichnet. Das ist im Wesentlichen der PHP-Interpreter. Die paar PHP-Codezeilen, die dann hinten dran sind, fallen dann nicht mehr so ins Gewicht. Die liegen da jetzt in jeder Instanz komplett drinnen. Da sieht man schon, ja, das ist zwar eng miteinander verschränkt, aber es braucht halt einfach viel mehr Platz. Und wie macht das Fast CGI das jetzt? Zum einen, es gibt heutzutage zwei Module. Ich werde es immer noch Fast CGI nennen, einfach weil ich das so gewohnt bin. Auch wenn das Modul heutzutage Mod-FCGI-D heißt und ein Teil des Apache-Projekts ist. Es gibt nämlich zum Beispiel unter Debian zwei Fast CGI oder CGI-Pakete. Das eine ist eben Mod-Fast CGI, das ist das alte und das andere ist das FCGI. Die sind zwar vom Protokoll her kompatibel, aber es ist nicht das gleiche Modul. Also heutzutage sollte man das Mod-FCGI-D verwenden. Das D hinten bezeugt, deutet schon an, hier läuft also ein Demon, der Fast CGI-Demon, der sich darum kümmert, dass einerseits über einen Socket die Kommunikation zum Apache-Server stattfindet und die Requests an ihn weitergeleitet werden. Und von der anderen Seite startet er diese CGI-Programme. Ähnlich wie der Apache das mit seinen Worker-Prozessen macht, startet der Fast CGI-Demon und seine CGIs hinten im Hintergrund. Die muss man allerdings so programmieren, dass sie nicht nach jedem Request terminieren, sondern dass sie nach einem Request wieder auf einen neuen Request warten. Also die müssen, re-entrant heißt das, glaube ich, geschrieben sein. Fakt ist, sie müssen lupen und schauen, habe ich was zu tun. Der FCGI-Demon kümmert sich dann eben auch darum, dass es immer genug Backend-Prozesse hinten gibt, folgt bei Bedarf, welche nach und zwar eben vorzeitig wieder, dass das dann im Request-Fall nicht zu Aktiebuche schlägt. Und was man dem noch einstellen kann, ist, dass er jeden einzelnen Prozess, den er hinten laufen hat, nur eine bestimmte Zahl von Requests zuordnet und ihn dann killt. Das ist dann nett, wenn diese CGI's irgendwie schlampig geschrieben sind, Memory Leaks haben, andere Bugs haben und halt irgendwie beginnen im System herumzuwachsen, herumzusauen, Sachen anzuhäufen, die sie nicht tun sollten. Ich kann sagen, nach 500 Requests wird der weggekillt und ein neuer für ihn gestartet. Ja, er hält seine Anfragen eben über einen Socket. Das ist der Punkt. Das kann eben natürlich ein IP-Socket sein und wenn es ein IP-Socket ist, dann muss der FCGI-Demon und das ganze FCGI-Graffel nicht auf derselben Maschine laufen wie der Apache und hier habe ich schon einmal eine Möglichkeit, ein wunderschönes Loadbalancing zu machen. Ich kann hier einen Frontend-Server haben und im Backend meine Applikationsserver, die die eigentliche Arbeit tun, da kann ich mehrere davon haben. Wenn das irgendwie die großen Datenbank-Geschichten sind, die da dahinter laufen, dann habe ich sowieso noch meinen Datenbank-Server dahinter, aber wenn die Applikation an sich viel tun muss, um den Request abzuarbeiten, ist es durchaus sinnvoll, das vom Apache eigentlich zu trennen. Und dann kann er natürlich die FCGI-Demon-Prozesse auch noch frei konfigurieren und schauen, wie viele das sind. Wie schaut das jetzt aus? Ich habe jetzt deutlich weniger Worker, weil ich, also jetzt, wenn ich den Gedanken komplett zu Ende gehe, wir haben jetzt schon umgeschalten vom Prefork-Apache auf den Worker-Apache, also auf den Multi-Threaded. Ich habe deutlich weniger Worker, weil jeder Worker für die Request-Threads aufmacht. Diese Threads verbinden sich dann mit dem FCGI-Thema über den Socket, der eh aufrecht ist und der kümmert sich, dass die Applikationen die Requests bekommen. Man sieht also rein visuell schon, das Ganze ist wesentlich schlanker und nicht auf meinen Grafiken hier, sondern das haben sich auch Leute überlegt und ausprobiert und gemessen. Die Quelle zu diesen Daten ist am Ende. Hier gibt es einen Vergleich, also einerseits einmal den Prefork-Apache mit PHP-Applikationen unter FCGI-Thema, also unter Fast-CGI-Thema und unter Mod-PHP, da haben wir also mit 420 gegenüber 351 Megabyte ist der Fast-CGI-Thema hier im Nachteil, weil er einen Oberhead hat, dadurch, dass er einige Sachen ständig stehen hat. Im Worker allerdings, wo ich ja weniger Apache-Prozesse habe und damit weniger Speicherverbrauch eben einmal vom Webserver her schon, macht sich das aber dann schon deutlich bemerkbar. Da kommt man dann schon allein vom Speicherverbrauch unter das Mod-PHP. Von der Performance ist es dann auch noch netter, das Ganze hier hat die entsprechende Quelle auch noch nett gegrabt und zwar am Samstag um 12 Uhr. Perfektes Change-Management, am Produktionssystem machen wir immer am Wochenende Änderungen, weil da ist niemand da, der dann was ausbaden würde. Also am Samstag um 12 Uhr hat der Kerl umgestellt vom Worker, vom Prefork mit Mod-PHP auf Worker mit Fast-CGI. Und nachdem auf Linux-Maschinen der Speicher nie leer ist, sondern immer verbraucht wird, müssen wir uns hier raussuchen, den tatsächlichen Speicher, der von Applikationen belegt, das ist die grüne Kurve. Also das war so etwas über 1 Gigabyte und ist dann nach dem Switch auf, ich würde sagen, 300 MB oder so runtergesprungen. Da ist Sonntagnacht, da fängt offensichtlich in der Backup ab, weil die Caches so raufgehen. Aber man sieht also, die Applikationen bleiben da schön unten. Aber dann braucht man eine, die keiner benutzt. Naja, dann hätte er die bis Samstag 12 auch nicht benutzt. Ich glaube, dass es Samstag 12 Uhr scharf, es wird keine Kreislerei oder Apotheke gewesen sein, eine Online-Apotheke, die um 12 Uhr schließt am Samstag. Also eine Marktlücke. Ja, dann gibt es noch aber andere schöne Nebeneffekte, nämlich wenn, was bei den heutigen Webapplikationen eigentlich immer da ist, wenn hinten der Datenbank-Server werkt, dann kriegt er natürlich ständig neue Connections, wenn neue Apache-Prozesse geforgt werden und aufgebaut werden. Jeder neu gestartete Apache-Worker-Prozess verbindet sich mit der Datenbank. Daher sind da die Zahl der Datenbank-Threads am MySQL waren da also irgendwo so bei 7, zwischen 7 und 10 im Schnitt und nach der Umstellung sind die auf 2, 3 runtergefallen, nämlich einfach auf die Zahl der tatsächlich laufenden Fast-TGI-Prozesse hinten im Backend. Weil sich jetzt nicht mehr jeder Apache-Prozess nach hinten verbindet, sondern nur die gestarteten Fast-TGI-Prozesse, die ihr die eigentliche Arbeit macht. Und das sieht man auch in den Netzwerken, in den internen Connections, in den Sockets, die im Server unterwegs waren, das war also von 1000 Sockets fällt es da auf 100 ab. Eben unter anderem auch die Datenbank-Verbindungen. Das heißt, in Summe entlastet sowas einen Server schon ganz gehörig. Also man fängt dann beim Speicher an, die Datenbank wird sich freuen und das ganze System wird wahrscheinlich das durchaus spüren. Dann habe ich noch andere Vorteile versprochen, also nicht nur Performance, es geht auch, man kann das Ding dadurch auch sicherer gestalten. Auch ein nicht besonders gut bekanntes Modul ist das ZooExec vom Apache. Das erlaubt mir bestimmte, vor allem CGI und SSI, also Prozesse, die außerhalb des Apache laufen und gestartet werden, unter einem anderen Benutzer, also unter einer anderen UID-Gruppe zu starten. Das Nette daran ist, ich kann also für die verschiedenen Applikationen, jetzt geht es darum, wenn ein Apache mehrere Applikationen hostet, wenn ich zum Beispiel ein Web-Hoster bin und mehrere Kunden habe und die Kunden voneinander trennen muss, dann war es bislang oder ist es eigentlich normal, ich kenne Leute, die das so machen, dass sie einfach zum Beispiel mit OpenVZ V-Hos aufbauen und jeder Kunde kriegt einen eigenen V-Hos, da läuft der Apache drin und da macht er alles drin, damit er die sauber trennt, damit jeder Kunde sein eigenes Environment hat und dann nicht raus kann. Ja, das ist natürlich auch teuer, das kostet. Das kann man jetzt in dem Fall machen, dass jeder Kunde einen eigenen User kriegt, sein BHP über Fast CGI angesprochen wird und der eben in seinem eigenen UID und in seiner eigenen UID und Group ID herum arbeitet und damit natürlich in die Files und in die Prozesse und den Bereich von den anderen nicht hinein vorwerken kann. Außerdem kann ich dadurch natürlich über Dateisystemquota ganz wunderbar schauen, dass meine Kunden eh nicht zu viel, nicht mehr, als sie gekauft haben, zum Beispiel Platz verbrauchen oder ich kann einfach schauen, dass das ein Prozess, muss ich jetzt nicht kommerziell gedacht sein, ich kann auch schauen, dass das ein Prozess irgendeine Applikation nicht übermäßig im Dateisystem herumwuchert und der andere den Platz wegfrisst und ich kann natürlich mit U-Limit auch noch wunderschön die einzelnen Prozesse einschränken und halt klein halten. Nachteil ist natürlich das Ganze, wenn ich die UID, Group ID wechseln will, muss ich Root sein, sonst kann ich das nicht machen, das heißt ich brauche einen Wrapper, der SetOID Root läuft, das ist etwas, was man nicht in allzu großer Zahl auf seinem System haben möchte und wenn man sich da fair konfiguriert, hat man natürlich wieder alle Nachteile, die man sich nur so vorstellen kann, weil man da natürlich genau das Umgekehrte erreichen kann. Das Modul, wenn man da die Dokumentation vom Apache-Prozessprojekt liest, vom SUA-Exec, ist auch im Standard Apache nicht aktiviert, man muss es aktivieren, dazu muss man sogar eine extra Doku lesen, weil es nicht einfach config-with-SUA-Exec ist, sondern, oder wie das auch beim Apache-Mod-Enable oder irgendwie so gibt es eine, also man kann es nicht zur Compile-Time nicht einfach so mit einem Switch einschalten, sondern man muss es wirklich aktiv einbinden in den Source, weil sie eben sagen, das Ding ist so gefährlich, wenn es leichtfertig verwendet wird, das ist nicht einfach so einfach in den Apache einbinden, aber es geht, es sind einfache Schritte, also wer schon mal ein Apache an sich kompiliert hat, der ist ja schon Koma gewohnt und da wird das auch klappen. Das ist auch gar nicht bei den üblichen Distributionen normalerweise drin, also bei dem, ist es schon? Weil in der Reit ist man ziemlich sicher, dass SUA-Exec dabei ist. Okay, also wenn Sie in den Distros ist es drinnen, mir ist es noch nicht über den Weg gelaufen, ja, also jetzt, das Apache-Projekt schlägt das eben nicht vor, die Distros behalten sich scheinbar nicht dran. Gut, andere Möglichkeit jetzt der Sicherheit wieder Vorschub zu leisten ist ChangeRoot. ChangeRoot ist vom FTP und ähnlichen Dingen schon eine lang bekannte Technologie. Ich sperre also Teile von meinem System in einen Unterverzeichnisbaum der ganzen Verzeichnisstruktur ein. Da habe ich in dem Konstrukt jetzt drei Möglichkeiten. Ich sperre mal den Apache in der ChangeRoot. Das ist in den Empfehlungen, wie man Apache sicher macht, steht das auch drin, sollte man machen. Wer macht das? Wer lasst in den Apache im ChangeRoot laufen? Gut, bin ich nicht der Einzige, der das nicht macht. Ich glaube, für einen Apache muss man dann ein ganz schön großes ChangeRoot bauen. Da dürfte schon einiges an Bibliotheken brauchen. Dann kann ich den FCGID natürlich in einem ChangeRoot laufen lassen. Also, wenn ich den Apache im ChangeRoot laufen lasse, dann schütze ich natürlich das Betriebssystem, den Rest, alle anderen Applikationen vor Fehlern im Apache. Der kann sich da nicht mehr so leicht rausbewegen. Wenn ich FCGID jetzt im ChangeRoot laufen lasse, dann schütze ich den Apache vor dem FCGID und alles, was dahinter kommt. Verzeihung. Und wenn ich dann meine CGI, also meine Applikationen in einem ChangeRoot laufen lasse, dann schütze ich natürlich den ganzen Rest vor Fehlern im CGI und das ist ja schließlich User mitunter. Also, wenn ich jetzt ein Webhoster bin und dort einfach V-Boxen verkaufe, dann ist das natürlich User geschriebener Code und dann habe ich keine Ahnung, was die dort ausführen. Und dann ist das natürlich eine ganz wichtige Sache, dass ich die dort irgendwo wegsperre, dass die aus ihrem Fehlsystem-Teil nicht rauskönnen. Das Problem ist, User Contributed Code ist in der Umgebung, dass nämlich keiner weiß, was die dort wirklich ausführen. Genau, der Anbieter, der den Kundencode auf seinen Servern laufen lassen muss, der darf es ja mitunter gar nicht wissen, der soll, weiß ich gar nicht, ob der reinschauen darf, muss in seinen Geschäftsbedingungen stehen und der User, der schlechten Code schreibt, weiß es oft nicht, dass er schlechten Code schreibt. Genau, das heißt, es ist passiert was und keiner weiß warum. Das ist irgendwie unangenehm, ja. So, wie schaut jetzt nochmal ein Blick, wie schaut das also dann im Gesamt aus, wenn man das System also so aufzieht, wie ich beschrieben habe, habe ich es einerseits hier die beschriebene Architektur und wenn wir das oben jetzt im User-Kontext anschauen, mit Root-Rechten läuft also dieser HTTP-D-Listener ja und der Sue-Exit-Wrapper, den habe ich hier nicht reingehängt. Dann mit den Rechten vom Web-Server läuft also der mittlere Teil hier und die Applikationen laufen mit User-Rechten und wenn ich das dann in Change-Roots einsperre, dann laufen die quasi im Home-Directorie des jeweiligen Users. Wobei jetzt User natürlich auch nicht Kunde sein muss, sondern das kann ja auch einzelne Applikationen sein, das trenne ich voneinander. Damit ich das sicher richtig verstehe, die Applications läuft jeder in seinem eigenen Prozess. Ja, das ist jeweils ein Prozess, genau. Das können mehrere Instanzen der gleichen Applikation sein, es können aber auch unterschiedliche angepasst sein. Der muss als CGI geschrieben sein, ja. Ist das nicht dasselbe wie das CGI-Interface? Es ist nicht dasselbe, also Fast-CGI ist nicht exakt das gleiche wie CGI, weil es ja schon einmal über den Socket kommuniziert und nicht über Environment-Variablen und Standard-Input-Standard-Output. Die Unterschiede sind aber nicht viel größer. Also ja, man muss seine Applikation natürlich umschreiben von CGI auf Fast-CGI, aber wir sprechen eben in der überwiegenden Zahl von PHP-Applikationen und da komme ich jetzt eh schon nasslos auf die nächste Folie. PHP gibt es in zwei Varianten. PHP gibt es, also es gibt es in drei, Command-Line auch. Es gibt es als Apache-Modul oder als CGI. Wenn ich jetzt unter Debian zum Beispiel hergehe und sage, ich möchte installieren wir das PHP 5 und den Apache, dann passiert folgendes, ich kriege den Apache 2 MPM Prefork, also das alte System, plus das Mod PHP. Also das Apache-Modul. Wenn ich hergehe und sage, ich will PHP 5 Bindestrich CGI, so ist das Paket unter Debian und da Red Hat wird es ähnlich heißen, dann kriege ich den Worker und das PHP 5 CGI. Also standardmäßig und das Lustige ist, wenn ich nur sage, ich möchte an Apache 2, dann kriege ich übrigens auch den Worker unter Debian. Also Debian bevorzugt den Worker an sich, aber in dem Moment, wo ich PHP installiere, deinstalliert es mir den Worker und installiert es mir den Prefork wieder. Außer ich sage eben, ich will PHP CGI. Und damit habe ich dann eigentlich schon das Rüstzeug, dass ich mich an die Konfiguration machen kann und die ist überraschend einfach. Ich habe jetzt ziemlich viel ausschweifend erklärt, von wie, wo, was da alles zusammenspielt und wie schwierig das alles ist. Unterm Strich kommt es eigentlich auf die paar Direktiven zusammen in der Apache-Konfiguration. Also einerseits muss ich natürlich das Modul laden und ich muss einen Händler installieren, einen FCGID-Script für .fcgi und dann kann ich einen Connection-Timeout setzen und dann gibt es dann noch 20 Direktiven, die man da reinsetzen kann, um das Ganze zu tunen. Aber das ist einmal die Minimalkonfiguration, wobei den Timer brauche ich gar nicht drin. Und im Virtual Host zeige ich dann einfach, ich brauche meinen FCGID-Script-Händler für alles, was .php heißt und dann startest du bitte als Wrapper usrlibcgpin.php5 für alles, was .php heißt. Und ich muss noch execcgi aktivieren bei den Optionen. Fertig. Das ist alles. Und das hier kann ich noch dazu, ich kann da zum Beispiel diese Sachen auch in eine Location-Direktive hineinsetzen oder eben in verschiedenen Virtual Hosts habe ich die natürlich immer wieder. Das heißt, ich könnte hier auch für jeden V-Host oder für jedes Directory oder Location könnte ich eine andere PHP-Version angeben. Es gibt immer wieder, wenn sich die Major-Release von PHP ändert, gibt es immer wieder die Situation, juhu, es gibt eine neue PHP-Release, irgendwelche Programmierer sind ganz schnell und müssen sofort auf den neuen Release und die neueste Version geht mit der alten GANIMA, also PHP 5, PHP 4, das habe ich eine schmerzliche Erinnerung, da gab es Attackschichten, da habe ich zwei Applikationen betrieben, die eine ging nur noch unter 5, die andere ging noch nicht unter 5. Was machen wir jetzt? Ist mit dem Mod-PHP unmöglich, ich kann nur ein Modul laden in der Patch, also nur ein PHP-Modul. In dem Fall ist es einfach, mache ich halt einen Wrapper für die alte Applikation und einen für die neue mit PHP 5, PHP 4. Ich kann die also parallel installieren, wenn es mir die Paketverwaltung von der Distribution zulässt. Ich weiß nicht, ob das Debian glücklich ist, wenn man 4 und 5 PHP parallel installiert, das tun wir ausprobieren. Das wird damit glücklich werden müssen, weil PHP ist extrem bekannt dafür, dass es nicht deckwärtskompatibel ist. Tja. Nicht nur zwischen 4 und 5 ist es inkompatibel, auch mit Minor-Releases. Auch bei Minor-Releases gibt es immer wieder sicher, es fliegt immer wieder mal, fliegen Anweisungen raus oder kommen welche dazu, die sich ändern und so. Das Problem ist eh, unter PHP-Leidenden und Web-Server-Betreibern ist es eh bekannt. Bei diesen klassischen Web-Postern, die haben das Problem, dass sie dann 20 Kunden haben mit 20 PHP-Applikationen und es ändert oft damit, dass sie dann weiß, dass der Kunde seine eigene PHP-Installation hat, der weiß dann gleich, was der verweselt und was er braucht. Also in der Welt ist es ein ganzes Minden zu sagen, ich mache mal ab, geht installe PHP und es funktioniert für alle. Und dann natürlich noch die Optionen, die das PHP mitkriegt. Der eine braucht dieses, der andere darf das nicht haben. Das ist also hier alles, dem kann ich ja natürlich, der Rapper muss übrigens kein Binary sein, der kann natürlich auch ein Skript haben, das dann irgendwas anderes aufruft oder da kann ich, mit dem kann ich auch aus dem Apache-Chain-Shoot in ein anderes, also wenn das ein Skript ist, kann ich über das Jail vom einen zum anderen hier übergreifen. Durch diesen Rapper hier ist man halt enorm flexibel. Und das Schöne ist, diese Flexibilität spielt sich aber eben nicht draußen im File-System ab, wo jeder das machen kann, sondern da habe ich es im Griff. Der hat den Server verwaltet, der bestimmt, was ist flexibel und was ist nicht erlaubt. Ja, und dann, ja. Was macht der Rapper im richtigen Fall? Naja, ganz im Normalfall ist das genau, dass der bestimmt, wenn der FCGI-Themen als Interpreter für das entsprechende Skript startet. also so wie beim klassischen Mod-PHP du angibst, dass du für die Extension, wenn der File-Extension.php daherkommt, übergibst du es dem Modul. Genauso entscheidest du hier anhand der Extension, in wem übergebe ich diese Datei, diesen MIME-Type, um ihn auszuführen. Also Rapplingsfinster ist das im Idealfall das echte PRP-Binary. Im Standardfall ist das das PRP-Binary, genau. Ich kann aber da jetzt nochmal einen Rapper herumsetzen, der zum Beispiel das Sudo ausführt oder so oder sonst was oder Changeroot macht auf der Ebene zum Beispiel. Also da kommt man, da brauche ich, ja da kann ich unheimlich viele Dinge tun. Ich kann da nochmal Übungsvariablen mitstopfen mit einem Rapper und und und, was ich auch immer brauchen kann, was ich mir vorstellen kann. Was alles mit einem Apache-Modul natürlich nicht geht, weil wenn das einmal dringeladen ist, ist es drin und aus und Ende. Wenn ich da mehrere FCGI-Programme habe, ruft da man für jeder seinen eigenen Rapper auf, also seinen eigenen Prozess. Ja, klar. Also wenn ich unterschiedliche Rapper habe, ist natürlich, habe ich mindestens so viele Prozesse laufen, wie ich Rapper habe. Oder eben mehr, wenn ich mich auf schnelle Lastwechsel vorbereiten will. Was bei DHB speziell nicht so sein müsste, weil der Interpreter kann eine Sprache interpretieren, aber davon weiß auch Arbeitsschirr nichts. Ja, aber das sage ich ja dem, also wie viele von den FCGI-Händlern gestartet werden, das gebe ich dem, das gebe ich da oben dem FCGI-Diemann mit in der Konfiguration. Da sage ich eben definitiv, du startest noch von dem 20 oder von dem nur 2. ich habe jetzt irgendwie ein, weiß nicht, ein slash index.php und ein slash fu.php, dann muss er sozusagen für das index.php und für das fu.php zwei verschiedene Rapper starten. Nein? So nicht, nein. Der gibt den Request, der Apache gibt den Request über seinen Socket an den FCGI-Team weiter, der weiß, das ist eine PHP-Seite, die muss ich jetzt dort hingeben. und welchen? Ja, da kann ich eben, das kann ich da konfigurieren, wie viele Prozesse ich jetzt da haben will, wofür. Aber es hat nicht mit dem URI zu tun, also mit dem URL, mit der Location. Also ich muss nicht für jeden, das wäre ziemlich katastrophal, also für jede einzelne Seite einen eigenen FCGI-Rapper laufen hätte, dann habe ich die Situationen noch schlimmer als im Ursprüngungssystem. Weil dann habe ich einen Haufen statische Prozesse stehen, die die ganze Zeit nichts tun und ich auch nicht wegsterben lassen kann. Weil er für jede Seite einen Lauf-Vorrat haben müsste, das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, wenn Peter das richtig verstanden hat, mit dem, was jetzt von einem Slides liegt, wird genau ein FCGI getrieben. Ja. Und alles, was unter W, 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 whatever, an Request reinkommt, wird an den abgeworfen. Alles an PHP-Request. ADNLs wird statisch ausgeliefert. Und andere Sachen von anderen Händlern. Wenn ich jetzt mal eine zweite Direktive hätte, für W, 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 something else, dann kriege ich einen zweiten FCGI-Händler. Also Request. Wo setzt man das jetzt in der Praxis ein? Oder wo könnte man das einsetzen? Ich bin immer wieder drauf herumgeritten, Hochlastverhalten. Eben, ich spare Speicher und ich kann Multicore-Centrums besser nutzen. Das heißt, wenn ich viel stark oszillierendes Lastverhalten habe, wo im Normalfall der Preforker-Patch immer wieder Prozesse forken und killen würde, oder wo ich einfach eine große Zahl von Prozessen idle herumstehen haben würde in der meiste Zeit, bin ich hier flexibler durch das Threading eben mal einschaut. Dann, wenn ich hohen Sicherheitsbedarf habe, kann ich eben mit Zurexec und Changeroot mir einsperren oder meine Prozesse wegsperren. Das mit dem Sicherheitsbedarf, also Sicherheit hat immer viele Facetten. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir Anwendungen betreiben, die mit einem relativ vernünftigen Mindset programmiert sind. Da fällt es natürlich schon ein ganzer Haufen weg, vor allem von den Content-Management-Systemen, von den verbreiteten, aber ja, bleiben wir bei der idealisierten Welt. Also man kann seinen Sicherheitslevel heben durch dieses System. Und eben, das schon angesprochen ist, ich habe auch von Webhoster-Kundensysteme, ich trenne also die Applikationen voneinander sauber, ich kann über Quotas regeln, wer wie viel, über Disc-Quota regeln, wer wie viel Platz hat, muss ich jetzt nicht Logical Volumes aufmachen oder ähnliche Dinge dafür. Ihr habt keine rechte Probleme. Ja, das ist auch noch so eine nette Sache. Wie ist denn das, wenn der Kunde jetzt mit FTP hochladet und der ladet, der hat seinen User, naja, da muss man jetzt entweder alle Kunden in der Gruppe User und der Badget-Demon läuft in der Gruppe User oder man macht das world-readable für, nein, das machen wir nicht. Wir setzen alle Kunden in die Gruppe www.data.de, also in die Apache-Gruppe, das ist auch nicht so eine brillante Idee, also das ist alles irgendwie erkranken. Ich habe es zum Glück noch nie für viele, für mehrere User implementieren müssen, ihr wüsst jetzt nicht, wie ich das vernünftig mache. Es ist in dem Fall wurscht, weil jeder Host, jeder V-Host läuft unter seinem eigenen User. Das ist für den Apache-Care-Problem, weil die Händler hinten dann eh mit dem User-Rechten laufen und die Daten eh lesen dürfen und über FTP kommen dann natürlich auch brav und nur ich in meinen Bereichen. Gut, zusammenfassend, wir haben also einen geringen Mehraufwand in der Konfiguration, wir müssen sehen, es sind sechs oder sieben Zeilen mehr, die ich in der Apache-Konstrieg habe, im einfachsten Fall. Im Hochlastfall schon ich Ressourcen, ich reite auf einem Punkt immer wieder herum, merke ich. Ich trenne Applikationen und Faust voneinander. Ich kann mehrere PHP-Versionen parallel fahren, ich kann über Quotas das Ganze regeln und über Chainfruit pro Rapper in einen eigenen Chainfruit-Chain fahren. Nachlesen kann man das hier. Ich werde heute dann noch auf die PDF-Version von den Slides auf die Luga-Website stellen, da kann man es dann nachschauen oder auch auf meiner Seite wird es dann verfügbar sein, kann man sich das gerne nachlesen. Offensichtlich ist heute der Tag der langen Urz, das sind gewaltige Pfade da, aber das sind also die Quellen, die Hauptquellen, nach denen ich hier gearbeitet habe. So, also, bitte, mich mit Fragen zu bewerfen, falls ich noch irgendwelche Unklarheiten im Raum stehen gelassen habe. Ich habe mir beide angeschaut und ich weiß nicht mehr wirklich, was die Unterschiede waren, oder ich bin damals bei ModFastCGI geblieben. Irgendwas hat mich an ModFastCGI die damals gestört, oder FCGIT damals gestört, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, also, die fastcgi.com-Seite verzeichnet ihre letzte Änderung 1996 und da steht, sinngemäß steht, FastCGI is a stable and safe program, but yes, we're still here. Also, sie haben es nicht eingestellt, es gibt sie immer noch, aber es gibt halt einfach nichts mehr zu tun dran, so sinngemäß, und es hat sie offensichtlich schon lange nichts mehr getan. Ich weiß von, also, ich habe vor einem Jahr, vor einem Jahr, habe ich tatsächlich am eigenen Leib erlebt, dass ich einfach das falsche Modul angegriffen habe, instinktiv, und die Applikation, die gegen das andere kompiliert war, nicht funktioniert hat. Also, das war in dem Fall, war es eine NC-geschriebene Applikation, die gegen die FCGID-Bibliothek kompiliert, gelinkt, gelinkt war, gelinkt, und die ist halt mit dem ModFastCGI nicht angesprochen. Die Rage soll, weil sie ja bei der Aschinen, die Rage soll, weil sie einfach noch einmal kompiliert sind, die Rage soll das gleiche Protokoll sprechen, soll es eigentlich egal sein? Ja, aber ich habe festgestellt, das macht gewisse Unterschiede auch zwischen denen, also, ich habe mit dem, beim Light-Edge DTBD, gibt es auch ein Phase-CGI-Modul, und sie sind, die drei unterscheiden sich ein bisschen wie die Parameter übergeben werden. Mhm, okay. Also, vor allem, wenn man so Sachen hat, das waren nicht die Parameter an sich, sondern, wo man sagt, okay, du bist hier, in der, sozusagen, Evole, und das, was im Pfad dahinter ist, das soll als Parameter übergeben werden. Da sind sie ein bisschen unterschiedlich, und je nachdem, wie es ist, kann es dann passieren, dass man irgendwo ein Slash dazu, ein Slash-Bad nehmen muss, oder? Ja, das Phase-CGI-Modul ist an sich, eben, es ist von einer Firma, kommentiert entwickelt worden, besprüchlich, sie haben aber immer den Standard offen gehalten, das steht auch überall groß, das ist ein offener Standard, und deswegen kann ja auch das, der FC-ID, protokollkompatibel sein, und sie sagen auch im Prinzip, sie machen das Gleiche, aber wie der Peter schon beschrieben hat, das sind dann halt die subtilen Unterschiede, das Schöne an Standards ist, dass es so viele davon gibt, oder so viele gibt, um dazwischen zu wählen, ja, es gibt halt offensichtlich Interpretationsunterschiede, und in der Praxis ist es halt, ich habe es eben auch schon einmal erfahren, dass ein C, ein C geschrieben, das CGI, das gegen die eine, und seine kompiliert war, aber im anderen nicht gelaufen ist. Aber es war in dem Fall eine Frage, das Modul auszutauschen, im anderen Fall ist es nicht gereicht, sie gegen die anderen Bibliotheken noch einmal zu kompilieren. Nachdem das als DIMON läuft, und offensichtlich nur eine Verbindung hat, ist das nicht ein gewisses Nadelöhr, etwas, das sozusagen alles serialisiert wird, an dem fast sich als CGI-Interface, oder ist das nur eine vereinfachte Darstellung, und hat da ohnehin jeder Grade sozusagen seine Kommunikationsschiene zu dem Prozess. Der FCG-ID hat eine offene Verbindung zum Patch. Also nicht ein Bord, sondern eine Verbindung. Nein, eine Sorge. Also wird da wirklich alles sequenzialisiert? Ja, aber ich kann natürlich mehrere FCG-IDs starten. Aha. Das kann ich machen. Wenn ich sage, das ist mir einfach zu wenig, ich habe so viele Requests da vorne aufschlagt, aber ich glaube, dass da Apache da vorne, der muss ja mit einem neuen Request einiges machen, bis der fertig ist, den Request zu bearbeiten, dass der gar nicht so schnell die Requests abarbeiten kann, dass er diesen Socket füllen kann. Glaube, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausgetestet, aber ich habe es einfach jetzt einmal so gefüllt. auch die Frage, wie lange der sozusagen FCGID, die man, wie lange der sozusagen für einen Request gesperrt ist, bevor er sozusagen für den nächsten Request... der kann es einem Prozess zuordnen und kann dann aber sozusagen weiterlaufen. Das erwartet nicht, bis der einen Prozess geht. Ja, dass die Application fertig ist und viele Pfeilchen rein, viele Pfeilchen raus. Und die Application antwortet dann wieder eine Tue. Ja, ja. Das ist eben, Multiplex ist ein guter Ausdruck. Das ist einfach, also es ist keine Pipe, durch die der Request rein muss und erst wenn der bearbeitet ist, kann der Nächste rein, das wäre ja katastrophal. Dann wäre das wirklich ein extremer Flaschenhals. Und dann wäre es so, wie es da ausschaut, optisch ist es jetzt ein Flaschenhals. Aber da ist jetzt nicht jeder Strich eine Tissipi-Verbindung. Nein. Sondern links, alle Striche sind eigentlich eine Tissipi-Verbindung. Das ist alles, gibt es alles ein Sockel, ja. Über den... Das heißt, wir synchronisieren dann darauf den Zugriff hoffentlich. Das ist die Frage, ob nicht die Frage wirklich... Das war jetzt der Gebetracht. Also, ob wir jetzt einfach eine Verbindung komplett ist... Das wäre sinnvoll. Ja, so im Detail habe ich nicht reingeschaut, wie das Ding funktioniert, Ihnen. Aber, grundsätzlich ist die... In der Doku steht wunderbar. Also, es gibt einen Socket über den, der kommuniziert mit dem Apache. Einen Socket auf der FCGI-Seite. Die Fragen sind auf der Apache-Seite. Ja. Ja. Das ist natürlich richtig. Einen Port oder einen Socket? Na ja, nachdem ein Socket aus dem Port an der IP-Adresse besteht, in der IP-Bag, und der auf einem Host lauft und eine IP hat, kommt das Bzündel auf. Na, wie viel Socken noch ein? Kann man zu einem Socket auf einer IP-Adresse, aber in der IP-Adresse und mehr. Also, jeder HTTP-D-Worker hat sicher eine eigene Verbindung. Ob die Threads innerhalb von einem Worker ihren Scheren haben? Die Threads innerhalb des Worker müssen ja eh schauen, dass sie sich nicht gegenseitig nicht loggen. Also müssen sie sich auch ausmachen, wer jetzt den Socket beschiebt. Ich stelle fest, da wäre Potenzial für ein Workshop. Ja, freilich, da kann man also Lasttest. Nein, das war es für ein Spiel. Bitte. Gibt es da so eine Stil-für-Stil-Anleitung wie man das umstellt? Ja, also die Umstellung ist gar nicht einmal so schlimm, wie es jetzt geht. Sie sehen, nachdem... Ja, zweifeligen die wir haben. Genau, es gibt dieses How-To, genau, das ist das Devon-How-To, How-To-Seite-Perpetition-2 und Devon-Edge, das ist nicht mehr ganz frisch. Aber es ist, im Prinzip geht es schnell. Also man braucht nur die paar Direktiven austauschen. Ja, das PHP muss man halt vom Mod auf CGI bestellen. Also mit Zero-Downtime geht es in einem Most nicht, aber die Umstellung ist minimal. Das tue ich nicht. Ich stelle ja auch noch, was man den Skript so in groben ändern muss, weil das geht gar nicht, dass ich spüre nichts. Das ist okay. Also die PHP-Skripte spüren nichts. Das ist ein Sonderfall. Normalerweise, also würde man ja sagen, das macht das PHP-Modul. Also das ist jetzt ein Sonderfall. Das da hinten ist ja noch nicht die Web-Applikation, sondern das ist der PHP-Interpreter. Und da hinten dran hängt dann die Web-Applikation. Und der kann eben und der PHP, nachdem es den PHP als CD oder als Mod spüren die Applikationen hinten überhaupt nichts. Also mein Typo 3 würde ich angreifen müssen. Ich habe einfach ausgetauscht den Prefog gegen den Worker und das hat einfach nachher wieder funktioniert. Jeder ist brav in einem Prozess und hat keine Multitrading-Problem. Genau. Deswegen kannst du PHP auf drei Arten kompilieren, damit die Skripts hinten nichts merken, sozusagen, und im PHP-Interpreter die Intellekten Dankensee und Intelligenz drin sind. Ob es CJ oder FAS CJ oder was vom Anklein ist. Zum Thema Umstellung. Die stehen mir aus dem Bock. Ich bin doch mit dem Wunsen ein bisschen im Gehör eingeschränkt. Kein Problem. Du hast ganz am Anfang ein paar Probleme angestprochen. Im PHP nicht Fred Safe und weiße Seiten und so weiter. Jetzt vielleicht bevor man umstellt, was hat es mit dem auf sich? Das sind vor allem Erfahrungsberichte von Leuten, die versucht haben, das PHP als Modul mit dem Threading-Impage zu betreiben. Also da gibt es sowohl von Topal, habe ich es gelesen, als auch von Topal-3-Berichten. Das ist nicht die Zerrein. Das ist, wenn ich PHP versuche, Multithreaded zu verwenden. Wenn ich jetzt PHP als Modul in den Impage hineinnehme, und der Apache ist als Worker, also als Multithreaded System kompiliert, dann wird er natürlich auch seine PHP-Prozesse, also seine PHP-Interpreter. Was heißt denn, dass PHP selber Multithreaded ließ oder laufen muss? Das kann sich dann nicht mehr entscheiden. Es wird das Modul in das Programmsegment von Apache mit hineingeladen, stimmt das jetzt? und wenn der Apache Threads aufmacht, dann macht er Threads auf, dann kann er das PHP nicht mehr wehren, das ist zu spät. Herr Roland, das hat der Kölster am Anfang gesagt, das PHP selber ist schon nicht thread-safe, und zwar nicht der PHP-Kern, ich glaube, der ist thread-safe, was er mal gelesen hat, sondern es gibt ja da 719 Millionen Funktionen, die halt auf MyStreet, auf Postgres und 17 andere Module, und die verwende irgendwelche Native Libraries, die ich vermitteln nicht das Postgres Science-Interface nach, sondern ich verwende irgendwie Postgres SQL-Ips. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, wenn die PHP nicht eine Möglichkeit des Market-Rechners anbietet, kann ich sie gar nicht zu starten, kann ich Ihnen gar nicht sagen, dass das neue PHP ist ja das Mod-HPS besonders also Shared-Library. Eben, du startest ja nicht den PHP-Interpreter als solcher. Ich habe ein Patch gestartet und der Patch macht dann einen Haufen Threads auf, und jeder dieser Threads springt dann in diese Library hinein und wenn die Library dann nicht thread-safe ist, beziehungsweise die Funktionen, die von der Library aufgerufen werden, dann kommen sich die einfach gegenseitig in die Quere. Es gibt halt also die die in den User-Code sozusagen hinein. Bisschen, ja. Die Library merkt ja nicht, ob sie von einem Thread oder von einem Prozess abgerufen werden. Das Problem ist in der Praxis glaube ich, die Gängen wie meist werden und die Sorten, die werden alle thread-safe sein, sondern es gibt obskurere oder seht andere. Ja, soweit ich weiß, PostgreSQL zum Beispiel kein Multithreading. Mir ist nicht die Multithreading implementiert. Ob es nicht thread-safe ist oder nicht, weiß ich nicht, ob sie es nicht machen wollten, aber es ist ein Vorkind-System. Also das ist zum Beispiel der Server, nicht der Client. Achso, ja, natürlich, der Server. Danke. Ich meine, der User-Code kann es ja gar nicht normalerweise so einfach machen, dass er nicht thread-safe ist, weil er ja ohnehin in einem abgeschlossenen Bereich arbeitet, er hat ja keine globalen Wahlen erarbeitet, solche Themen. Was ist die Frage? Also da das Mod-Pro zu verwenden will ich auch niemandem raten, so rein strategisch zum Beispiel. Auch aus anderen Ich verstehe, warum DHB schon gut ich meine, also noch weniger als du wahrscheinlich. Also da ist das möglich. Der im DHB geschriebenen Code kann nichts mehr anstellen, weil der weiter nur vom BHP-Interpreter interpretiert. Also sozusagen wenn der BHP-Interpreter mit allem, was er selber tut und aufruft, thread-safe ist, dann ist natürlich auch im BHP geschriebener Code thread-safe. Aber es gibt eben die die 100.000 Module, die es zum BHP dazu gibt, die irgendwie nicht den Code verwenden. Aha, dies ist das Problem. Weil im BHP-Interpreter gibt es ja keine Art von globalen Variablen, weil ich ja sowieso immer das so programmiere, dass ich einen Request eigentlich abarbeite und wieder weitermache. das ist egal ob BHP nicht globale Variablen hat, aber das ist egal in dem Fall, weil sozusagen da bist du im Interpreter. Sondern es geht um das, was im C-Code abläuft. Also nicht um das, was im Interpretierten Code der Lars schaut schon. Ja, ich habe ja eine Das größte Ärgerin ist der Vorsichtsaufruf Z-Locale in der dritten Abteilung. Der hat irgendwo im C-Code eine globale Variable. Das heißt, wenn jetzt eine BHP-Anwendung Z-Locale benutzt, um Internationalization zu machen, dann kann das passieren, dass am Anfang von der Interpretation von dem Request stellen wir jetzt mal um auf DEAT. So, und jetzt kommt jemand anders und schrieb, er möchte koreanisch und das bitten im Aufruf im selben Thread von einem Sohn, und dann der Rest läuft dann auf koreanisch. Dann hat man die erste Hälfte der Seite auf deutsch. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wenn ich schließe, dann ist passiert, ja. Du, ja. Das ist schlimm, das ist koreanisch. Ich kann aber auch wieder verkürzen, aber auch nicht. Stell dir das bei der Wikipedia vor. Du kriegst jede Seite, weil eine Million Leute aus 100 Ländern gleichzeitig darauf zugreifen, du kriegst jede Seite, so, jeden Absatz in eine andere Sprache. eine Settlokale mit dem Threadlokale nicht verhauen machen. Das macht doch für einen Sinn, eine Settlokale eigentlich, weil in Meinemann Variablen angesteuert werden. Also selbst wenn man das über Threadlokale Sachen macht, dann weiß ich nicht, ich weiß nämlich nicht, ob man das nicht sogar über Settlokale steuern kann, aus dem Protagonalprozess heraus. Ganz sicher, also zuerst Settlokale und dann auch Settlokale auch, ob mehr geht. Ja, aber der Ausgangspunkt dieses Exkurses war ja, also woher weiß ich, ob meine Lieblingsapplikation das überleben wird, weil ich eben eingangs diese Probleme angerissen habe, dass es eben Internal Server heraus oder leere ausgelieferte Seiten gegeben hat, das ist eben, wenn man versucht, das PHP unter Multithreading Apache zu betreiben, dann gibt es diese Probleme und dieses Konstrukt, das ich hier beschrieben habe, schafft dagegen Abhilfe. An sich mag ich ihn als Suchmaschine nicht besonders, weil er mir zu global ist, aber der Google ist hier recht hilfreich, weil ich habe also viel recherchiert für diesen Vortrag und versucht, allgemein Informationen über das Thema zu bekommen und nicht spezifisch, warum läuft mein WordPress jetzt nicht oder warum läuft mein Typo nicht oder mein Topal oder mein dies oder jenes. Es gibt also unglaublich viele, viele Webforen, Seiten und Geschichten, die sich damit beschäftigen, warum geht unter dem Konstrukt irgendwas schief oder was habe ich falsch gemacht, wenn das und das passiert. Also bevor man jetzt einmal eben ein System umstellt, wenn es ein etabliertes, bekanntes oder es selbst geschrieben ist, ist er immer ein Abenteuer für sich, aber wenn es jetzt Standard-Web-Applikationen gibt, da gibt es im Netz ausreichend Informationen und Diskussionen darüber, was muss man tun, kann man es umstellen, kann man es nicht umstellen oder wie oder wo oder was. Der Tenor ist aber eben, man braucht eigentlich nichts tun. Es gibt schon, dadurch, dass die Übergabe der HTTP-Informationen, der HTTP-Header-Informationen subtil, anders ist über das CGI als wenn es über das Mod-BHP geht, gibt es in irgendwelchen Sonderfällen schon ab und zu irgendwelche Kleinigkeiten, da gibt es dann ein paar Tweaking-Einstellungen im FCG-ID, mit denen man das wieder gerade bügeln kann. Aber da findet man also immer wieder, ich habe es beim Typo 3, glaube ich, für irgendeine obskure Extension, da muss man irgendwo irgendwas setzen, aber der Core an sich, also ich habe zwei Typo 3 Seiten laufen unter dem System, das funktioniert dann los. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Gehen wir zum informellen Teil. Ich darf bitte die Gelegenheit dann auch den nächsten Out-of-the-Box-Vortrag anzeigen, der ist am 28. Jänner, ich schaue den Peter ganz scharf an, März, März, ja, danke. Bis in der letzten Zeit habe ich es mit Coppin-Fest und Patin, ja. Okay, also am 28. März, der geht um Typografie geht und die Out-of-the-Box-Vorträge sind User-Labels-Vorträge, also Okay, und sonst, wenn es wieder mal notwendig sein sollte, natürlich gerne wieder in diesem Lokal. Ich habe ein schönes Bild für den Peter. Das ist noch eins für den Euro. Das gibt es nicht, ja. Ich habe ein schönes Bild für Zacharias für den nächsten Vortrag. Okay, Ich bin natrisch. Nein. Aber bei X-K ×s-K 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 ×s. Loading, genau, das ist, genau das, ja. Das Curling Bild.